Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von ZIMA MYSTERY Heute das Mysterium des Otaku. Otaku bezeichnet in japanischen Fans, die ein großes Maß an Zeit und Geld für ihre Leidenschaft aufwenden und ihr mit großer Zuneigung nachgehen. Es wird ähnlich wie die englischen Wörter Nerd oder Geek benutzt, also ein Freak im Endeffekt. Die Herkunft von dem Wort Otaku geht auf die 80er Jahre zurück. Da lief in Japan ein Anime namens Macross und in diesem Anime benutzte die Protagonistin Lunnen das Wort Otaku als Anrede. Die Serie war überaus beliebt und einige ihrer Fans ahmten daher das Wort Otaku als Anrede für einen Fan nach. Gegen Ende der 80er Jahre gab es einen Serienmörder namens Miyazaki Tsutomu, der vier Mädchen im Alter zwischen 4 und 7 Jahre missbrauchte und ermordet hat. Durch diesen Fall wurde der Otaku erst so richtig bekannt und dies leider erstmal negativ. Denn wie es üblich ist wurden gleich alle Otaku abgestempelt, das Wort Otaku war bisher schon immer negativ mit düsterer Stubenbrocker bezeichnet, wurde es jetzt auch noch Solonym für potenzieller Serienkiller. Wir erinnern uns an den potenziellen Amokläufer in etwa gleiches Beispiel. Durch diesen Fall stellte die öffentliche Diskussion den Otaku lange Zeit überwiegend als negativ dar. Denn Otaku seien unfähig zu normalen zwischenmenschlichen Beziehungen. In den 90er Jahren begannen einige Autoren wie Toshio Okada oder Kazuko Nimiya dann das Otaku Phänomen als moderne und positive Jungkultur zu interpretieren. Statt sich auf Ausnahmefälle zu konzentrieren, befassten sie sich ausführlich mit den Auswirkungen der neuen Medien auf die Jungkultur. Nimiya beschäftete sich zum Beispiel in erster Linie mit den weiblichen Otaku, die zwar gut die Hälfte aller Otaku ausmachte, aber von der Öffentlichkeit häufig ignoriert wurde, was damit der simplen Vorstellung vom Otaku als männlicher potenzieller Gewalttäter widerspricht. Heutzutage wird Otaku als Bezeichnung für, wie ich am Anfang des Videos bereits einmal gesagt habe, als ein großer Fan, der ein großes Maß an Zeit und Geld für seine Leidenschaft aufwendet. Am Schluss ist noch zu sagen, dass Otaku nicht automatisch ein Manga Fan ist. Ein Otaku kann Fan von allem sein. Es gibt zum Beispiel den PC Otaku, den Fußball Otaku, den Militär Otaku, Bücher Otaku und und und. Nur im westlichen Gebrauch wird der Otaku so gut wie immer im Sinne von Manga Anime Fan verwendet. Nochmal zu Verständnis halber, in Japan wird trotzdem nur das Wort Otaku meistens benutzt, denn das Wort Otaku ergibt sich dann meistens aus der Situation. Wenn du zum Beispiel in einem Fußballclub bist und jemand spricht dich als Otaku an oder fragt dich, ob du einer bist, ist es klar, dass er hiermit einen Fußball Otaku meint. Genauso wenn du in Akihabara bist und dort in irgendeinem Manga Shop bist und dich jemand wiederum anspricht als Otaku, ist es ganz klar, er meint den Manga Otaku. So, dies war es dann auch schon wieder mit dem Mysterium des Otaku. Freut euch auf die nächste Folge, in der es um das Mysterium von Moe geht. Also dann, tschüss und bis zur nächsten Folge von... Geon Mystery 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 Vielen Dank.